Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge Miene-Kraft-Betwas mit der Zocker. Und jetzt viel Spaß. Die Party betreibt einen Betwas-Server. Hallo. Ich bin... Schreiben wir Hallo. Hallo. Ah, okay. Spongebob. Ist hier die große Krabbe? Nein, hier ist Gelettabdi. Boah, Gelettabdi? Was hat hier mit dem ganzen Zimmer zu tun? Das verstehe ich nicht. Ist hier die kleine Krabbe? Nee, so einiges nicht. Gibt es hier irgendwas zu gewinnen? Oder warum legen hier so viele Sachen auf den Boden? Kann man da was machen? Alter, wo ist die Bronze? Oder ist das nur Deko? Vor der Haustür! Alter. Also wenn ich das finde, dann musst du es auch finden. Kann ich mir alles nicht leisten. Alter, wenn dieses Pack nicht cool ist, dann kann ich mir noch reißen. Alter, wenn dieses Pack nicht cool ist, dann kann ich mir noch reißen. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob das Pack cool ist. Weiß ich auch nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Dann muss man ins Team gucken. Nee, gerade keine Lust. Gerade beobachte ich dich beim... ...was du auch immer da darstellst. Ach. Fassbütschen. Ja. Wie gesagt, was du auch immer da darstellst. Alter. Vielleicht nimmt man es auch runterfallen. Vielleicht nimmt man es auch runterfallen. Aber ich weiß es nicht genau. Ich mag Nutella. Ist gestorben. Wenigstens weiß man, dass ich den Legend spiele. Weißt du, weil manche, die nicht so gut sind und fastbutschen, können die hacken meistens. Oh. Guten Tag. Was machst du da? Beobachte. Weißt du? Samt 27 wurde von Bin-Ledget getötet. Bin-Ledget hat das Spiel verlassen. Team Gap hat nur noch zwei Spiele. Hey, du hast mich mal hier bauen. Ja, mach mal. Ich bin so doof dafür. Als wäre ich noch weiter von diesem Grinse-Gesicht gestalkt. Kommt jemand zu uns in die Base? Nee, ne? Ich hab keinen gesehen. Doch, es kommt jemand in unsere Base. Okay, dann hol ich jetzt meinen Knüppel raus. Und du bist tot. Oh, da kommt wirklich jemand. Er ist in unserer Base. Und baut sich gerade an. Nein, aber es war schon vorher jemand hier. Das Bett von Team Grün wurde zerstört. Ey, lass Team Grün, der wird deine Base ist töten. Der ist sowieso... Wenn du ihn tötest, ist er sowieso weg. Oh. Unser Bett wurde zerstört. Dann baue ich jetzt durch die Gegend. Vielleicht überlebe ich ja noch lange. War es mal wieder Kumpel? Ja, war es auch. Ich bin gerade auch noch hingefallen. Da ist jemand. Der hat dich getötet. Ich schlag ihn einfach. Vielleicht kann ich ihn auch schaden. Schade. Und er leider jetzt ausrichten. Also guck ich jetzt irgendwelchen Leuten zu. Kenn ich davon irgendjemanden? Nee, du bist ja tot. Also flicke ich durch die Gegend. Die Brot wurde vernichtet. Wie sagt Gomba hat die so schön Rot für den Tod? Was? Rot für den Tod? Ja. Rot ist tot. Wollte ich mal sagen. Blau. Moment, Finger. Moment. So. Spreien wir die nächste Runde. Ich bin langsam langweilig hier oben. Obwohl, so langsam kommt der Showdown. Das Blatt von Tim Blau wurde zerstört. Das Blatt von Tim Gelb wurde zerstört. Und da haben wir einen neuen Silber betreten. So. Da sind wir mal wieder. In einer neuen Runde Minekraft Bedwurst. So. Pizza ist lecker. Pizza ist lecker. Pizza ist lecker. Ja. Und der Stream ist offline. Was machst du da? Gar nichts. Stream starten. Komm YouTube und haltet. Mein Empfang wird gestartet. Holy shit. Freunde. Was geht mit uns? Herzlich willkommen zu diesem Zug. Ich wollte nicht viel angehofft werden. Aber ich habe eh alles aufgenommen. Ich nehme sowieso eh alles auf. Was wir ja machen. Ja. Von da. Ja. Ja. Jetzt sind wir aber wieder live auf. Aber vielleicht können wir es auch öfters machen. Das wäre einfach leicht. Wie man das hinterher noch mal als Video hochladen. Ja. Wir haben ja noch genug Zeit. Die Fällen übernimmt. Ja. Ich meine bloß, dass du irgendwie immer live streamst. Und später als Video wieder hochladen. Ja. 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 Das dauert ich ja. 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 Das Bild von Team Gay wurde zerstört. Team Pink wurde vernichtet. Ja. Ja. Ich möchte ja sagen, aber da kommt gerade jemand. Aber du bist ja zu beschäftigt, also wo achte ich einfach darauf vor Ort, weil ich keinen Plan ab, weil ich machen soll, also außer in der Ecke zu backen, was der wohl vor hat. Nee, etwa auf den Baum da? Oder geht er einfach wieder? Jammer, ich würd sagen, ihm sind die Blöcke ausgegangen. Gibt's nicht noch bessere Blöcke? Ja, okay. Ich mach mal so. So, so, bin gleich wieder soweit. Jo, vielleicht kommt er in der Zwischenzeit wieder. Wer weiß. Ich baue einfach mal was. Ich hab zwar keinen Plan, ob das was bringt, aber ich baue einfach mal was. Ist der Typ schon wieder gekommen? Nee, aber da kommt... Da kommen andere Menschen. Hm. Jetzt bloß ein Bogen. Okay. Also, ich würd sagen, da kommen welche. Ja, da kommen welche. Aua, das ist auch wehgetan, Junge. Also, bei uns sind welche. Nur mal so als Info. Oder da du ja sowieso grad nicht zockst. Ich töte dich. Ja, hol doch, ich stelle ein Schwert. Ich töte dich. Ich bin grad gestorben, wie soll ich mir ein Schwert holen? Oh. Oh. Du schnitt bin ich doch gar nicht. Oh, drei Gold. Ja, wo die woher kommen? Die Zuschauer. Ja, moin. Ah, ein Gold. Jetzt kann mir Bogen holen. Ja, moin. Oh, hier ist Gold. So. Oh, hier ist die Gold. Oh, hier ist die Gold. Oh, hier ist die Gold. Oh, sie kommt wieder. Der ist ja wieder. Hä? Lol. Er hat sich einfach selbst umgebracht. Oh, ich brauch nur einen. Oh, Team Tipee wurde vernichtet. War der? Oh, der ist blau. Ich klopfe ihn mal weg, Alter. Harschaf, Walter, Harschaf. Jo. Ich geh mir jetzt erstmal Sachen kaufen. Digga, das war Harschaf. So. Mal das. Und einmal das. Das werde ich alle umbringen. Digga, das war Harschaf. Ein HP. Und ich war das. Okay, komm doch. Komm doch. Oh, ja, moin, moin. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Da hinten. Ich will ihn töten. Ich will ihn töten. Oh, er ist tot. Aber leider nicht von mir. Schade. Ach, da ist ein roter. Der geht ein bisschen zu rot. Der dient der Marken. Massen, Alter. Was, die rote geht zu rot? Oh, da ist jemand runtergefallen. Ach, da ist wieder ein blauer. Bei Zuschauern heiß. Egal, der hat hier schon schon. Acht auf Lifestyle, ja, man ist ja noch mal. Ich halte Acht auf Lifestyle, nehmen wir auf Händen hin. Ich darf jetzt nicht ausgehen. Was ist das für ein Pipi? Das ist... Gamer wollen mich ja wissen, was du für ein krasses Pack hast. Ja, das ist das Pack hier. Deadline Pizza Baby Pack V2. Ist ein mega geiles Tag, der Pack. Hallo, kannst du bitte wieder herkommen? Ich habe dir schon mal in die Fresse geschossen. Ich möchte jetzt töten. Oh, da kommt er. Du hast nicht... Jo. Du hast nicht zufällig noch... Zumindest habe ich jetzt mein Schwert noch. Weil ich warum auch immer auch... Ach, tot, verdammt. Jo. Aber zumindest habe ich mein Schwert noch. Wo noch einer? Zwei. Immerhin. Habe ich mein Schwert, weil ich es einfach... Einfach aus Versehen eigentlich bloß gedwoppt habe. Ist hier noch jemand? Ne. Ein Gott, please. Hä? Gut. Okay. also es ist schon mal wieder jemand da muss essen ja bis klar ich muss essen ja komm doch ich hab leider gerade kein boh das ist seine mission jetzt steht da da kommt ja 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 glück gehabt ja glück gehabt ja hast du noch ein bogen ja ich hab meine es hat sich schon erledigt was ich wollte ich habe stundenlang den typen da beobachtet jetzt bin ich aber tot blöcke und so ernsthaft hat er jetzt das bett zerstört er war doch so die niemand geht ist er tot diese mann euch tot wo ist er noch ja da drin solchen vielleicht mal töten dann so bett ist auch schon mal er hat ein halbes herz noch also nein hier ist eine andere tipp jetzt erst mal ein schwert oder sowas wieder besorgen ab ihn an eisen ja jetzt kann ich mir jetzt mal wieder ein schwert von connection lost ich habe mich eben gerade rausgeflogen bin also ich froh dass ich nur ein kurz aus teamspeak rausgeflogen bin weil das sehr schlimm davon bildet er ich sehr sofort wieder neu aber dann wäre ich ja komplett aus der runde raus als wären müssen was hast du schon wieder gemacht bist tot von da hinten wird ich geschossen wir von rtl durften dabei sein wie der werbe auf michael spielt ok er steht darum hat ein geiles schwert jetzt steht ja 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 und ja 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 naja ja der mtl-reporter schlimmer und ich komme dass mein live-chat durch ich glaube ich habe nicht und er kauft und er kauft Hallo Max Thomas, ich grüße dich, auch wenn du mich vielleicht nicht siehst. Sie mit ihren Assassinen Redskins. Welche Assassinen Redskins hier? Von welchen Menschen redest du? Ah, gelb sind auch noch zu. Oh shit. Mal gucken, was Violett macht. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Halt ein Sohn. Ja, gut. Ja, gut. Aha. Was machst du schon wieder? Jule. Stockst du schon wieder an welche Leute? Bisschen. Oh, gelb ist selber die eine. Du kannst schon fragen, ob ich der einzige im Team Rot bin. Aber der andere Typ lebt hier auch noch. Boah. Ich bin in meinem 154er Ping hier. Ich muss sagen, mein Ping ist on point, ne? Höh? Ping? 15er hat im Spiel. 13er, ne? Mein Ping ist grad on point, muss ich sagen. Mein Ping ist grad on point, muss ich sagen. Guck mal, wir machen. Jo, dann... Bring uns doch hallo. Dann hast du gewonnen. Dann hast du gewonnen. Also, bitte. Na. Machst du dann ne Aue? Aber immer dann hab ich mein Küchenmesser dabei. Oh shit. Ja, ich hab mein Küchenmesser dabei. Da hinten ist jemand. Sollte ich mir vielleicht mal einen Bogen holen? Was meinst du? Ist das ne gute Idee? Oh, ich hab jemanden runtergeschossen. Alter, bin ich ein krasser Pooh. Ich hab jemanden getötet. Alter, bin ich krass. Findest du das nicht auch? Jetzt spiel ich nicht mal weiter. Ich hab jemanden umgebracht. Oh, das stimmt. Ja. Vor allem, weil es ein gelber war. Ist ja jetzt leider für immer tot. Aber für diese Runde. Tja. Bin ich nicht krass. Ich glaub, ich hör jetzt auf zu spielen. Okay. Oh, da hinten ist mein Freund. So. Was kann ich jetzt machen? Also, außerdem rumzustehen und nicht versuchen zu sterben. Bin ich tot? Was? Sind sie tot? Sind sie tot? Nein, sind sie nicht, denn sie laufen die Karton mit dem Bogen. Ja, ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Ich hab doch schon grad gesagt, dass ich jemanden rumgebracht hab. Ja. Ich hab grad so ein bisschen mein Laymod ein. Im Menü ein. Ich mach das. Im Spiel. Ich versuch grad nicht zu sterben. Alles gut. Ich hab jetzt einen hier in Spotify Text. Und wie gesagt, ich hab schon jemanden umgebracht. Vielleicht schaff ich's sogar noch jemanden umzubringen. Ich versuch mal mein Blick. Oh, warum... Du sollst da hinschießen und nicht. Ich will diesen Gelben auch töten. Das ist grad meine Mission, aber... Dafür müsste ich ihn erstmal treffen. Das ist gar nicht so einfach. Ich weiß, tut ihn aber mein Freund, oder? Oder tut er ihn? Hm? Okay. Er wird von meinem Teamkameraden umgebracht. Ah, moin. Joa. Der schild mich da oben, so. Zwischen Gelb und keine Ahnung, was auf der anderen Seite ist. Alter. Junge. Ich kann nicht mal sehen, was auf der anderen Seite ist, weil meine Sichtweite gar nicht so weit ist. Na ja. Das ist halt Optifon. Drei schon, ich hab's ja... Ich hab ja Demi-Models zählt und eigentlich bin ich angehakt, aber... Ich seh da hinten bloß ein paar Gebilde. Ich mein, ich steh sowieso gar bloß rum, also kann ich auch mal gucken. Am Müllsten schon, oder? Joa. Dann ist es so, ne? Ich weiß nicht, du stellst dann was ein und ich mach hier spannenden Sachen. Manchmal. Oh. Gaming soll ich nicht. Hm. Der hat sich verleten. Du bist eben nicht gereicht. So, jetzt hab ich auch, jetzt hab ich den Optifon im Zoom drin. Jetzt seh ich, dass mein Freund grad wiederkommt. So. Toll. Toll. Ich brauch mir jetzt erstmal ein bisschen einen Bogen. Ne, mal ein bisschen mit Essen. Einfach weil ich so viel Gold hab. Ich weiß nicht mehr, wozu ich ihn brauche, aber ich hab einfach so viel Gold. Weil ich die ganze Zeit Ressourcen sammle. Du hast so viel Money, 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 Money. Ja, so ungefähr. Money, Money, Money. Blummi, 27. Wirst du gerne nicht. So. So. Wirst du mal ein bisschen die Wege, ob ich's ich hätte. Oh, sicher. Weißt du, was du da grad vorhast? Ich baue aber einfach unser Bett noch weiter zu. Einfach weil ich so viel Eisen hatte, hab ich jetzt befallene Schleine gekauft. Guck. Hiesel. Wozu baue ich das Bett überhaupt zu? Wir haben doch gar keins mehr. Fällt mir gerade ein. Mir ist gerade aufgefallen, wie dumm ich mal dran bin. Ich laufe hier so ganz entspannt so. Und immer so. Bam. Ich such so. Bam. Platsch auf. Ein AP. Ein paar runter. Oh, gut. Mir ist gerade aufgefallen, wie dumm ich bin. Ich habe ja alles zugebaut. Dabei haben wir doch gar kein Bett mehr. Oh, der andere schmeißt schon mit Bronze, weil wir einfach viel zu viel davon haben. Oh, Team Violett hat nur noch einen Spieler. Einen der Werbung aus seiner Sicht. Ja. Vor allem Team Violett hat einen Spieler, wo das Bett noch steht. Dann gibt's noch uns, mich und meinen Teamkollegen. Dann gibt's noch einfach zwei Gelbe, die einfach auch die ganze Zeit überleben. Weil zwei andere haben wir ja schon umgebracht. Dann trinken wir mal Team TS. Team TS ist kein Schwein. Außer hier. Oh, das Bett von Team Violett wird endlich zerstört. Oh, ich bin alleine. Der andere Typ hat einfach das Spiel verlassen. Jetzt stehe ich ja alleine rum. Was soll ich machen? Ich muss hier alleine gegen drei andere Spieler kämpfen. Warten bis hier runterfallen. Klar. Vielleicht kommt auch mal jemand vorbei. Vielleicht töte ich den auch. Mal gucken. Auf jeden Fall bin ich jetzt alleine. Der andere Typ ist einfach gegangen. Ich bin ja auch. Ja gut. Jetzt bin ich alleine gegen zwei Gelbe, denn der Diener hat auch gerade das Spiel verlassen. Also, irgendwann müssen die ja mal vorbeikommen, ne? Bin sie als Spiel gewählt worden? Wir haben halt immer die Bogen rein. Ja, ich weiß ja nicht mal, wo die beiden sind. Nein. Ich hab halt keinen Plan, wo die sind, von daher. Dieser E0-LP. Ja, wo ist er denn? Aber es gibt ja noch... Ich glaub, bei Typ P. Geht so langsam rum. Vor allem, warum spoilerst du mir das? Das ist so. Das darfst du doch gar nicht. Ist mir auch egal. Ich stehe hier einfach rum und warte. So kann man im Wesentlichen nicht passieren wollen. Wenn jemand beef will, dann kommt er schon her. Na? Weil wenn sie gewinnen wollen, müssen sie ja irgendwann herkommen. Oder wie siehst du das? Fies? Ich bin der Meinung, wenn sie gewinnen wollen, müssen sie hierher kommen. Oder? So wie ich das meistens mach. Ich warte einfach, bis sie immer runterfallen. Ja, wie gesagt, wenn sie gewinnen wollen, müssen sie hierher kommen. Die bauen sich gerade zu dir zu tippen. Ja, ich stehe hier gerade rum und warte. Wie gesagt, wenn sie gewinnen wollen, müssen sie hierher kommen, ne? Von daher. Warte ich einfach einen Moment. Die Runde geht ja auch nicht schon 25 Minuten einfach. Weil ich sehe gerade keinen und wenn ich hier rumlaufe, dann ist die Chance bei meinem Talent groß, dass ich runterfalle und dann die Runde verliert. Von daher warte ich einfach einen Moment. Wird schon irgendwas passieren. Irgendwann wird schon jemand kommen. Hm. Aber wenn du die Runde gewinnst, dann gebe ich dir 1 Euro. Aber du spendest 1 Euro, wenn ich die Runde gewinne? Mhm. Okay. Einverstanden. Warte. 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 Vielleicht sind's du... Wo bist du mein Lieber? Oh, jetzt werd ich schon gefragt wo ich bin. Warte. Warte. Da... Wo du... Nicht bist. So... So... Die passende Antwort, ne? Jetzt weiß er nämlich genauso viel wie vorher. So, ob ich jetzt sage, ja, ich steh hier bei... Ich steh hier bei meinem... Auf... In meiner Base und warte darauf, dass du kommst. Ne? Hm. Vielleicht fallen sie irgendwann beide runter. Hm. Oder verlassen das Spiel, weil's ihnen langweilig wird. So, wie manche andere Spieler hier... Dann komm ich nicht, denn wenn ich das nächste Mal bei dir bin, ne? Dann bring ich da nochmal rum mit. Jo. Glaube ich dir sogar. Wenn du diese Runde doch... Gewinnst. Ja, wie gesagt, ich seh die ganze Zeit klein. Also, die werden wahrscheinlich irgendwo da hinten auf irgendeiner Base sein. Ja, sind die auch. Jo, also von daher. Also, irgendwann entweder... Entweder... Ja. Entweder sie fallen jetzt irgendwann runter. Oder sie verlassen das Spiel, weil's ihnen zu doof wird. Oder Möglichkeit 3. Sie kommen endlich mal her und töten mich. Also... Die 3 Möglichkeiten gibt's, ne? Von daher... Ich meine, ich halte für... Ich halte Möglichkeit 1 oder 2 am wahrscheinlichsten. Entweder sie fallen runter oder haben keine Lust mehr und verlassen deswegen das Spiel. Weil's immer noch langweilig, ne? Ja, man war langweilig. Wenn sie nicht wissen, wo ich bin. Nein. Nein, ich warte hier. Vielen Dank. Wieso immer noch nicht mehr? Ich hab grad irgendwie die Sichtweite verdoppelt und ich sie trotzdem nicht mehr. Hm. Also warte ich einfach. Irgendwann wird sie nicht so doof werden. Oder sie fahren runter. Ich würde es aber so feiern, wenn ich jetzt wirklich noch die Runde gewinne. Ich hab einfach 16 Gold. Okay, ich kaufe mir mal kurz einen besseren Bogen. Alter, komm! Was? Jetzt komm, den kriegst du runter mit dem Bogen. Wo ist er denn? Ja, mit dem Bogen runter. Wo ist er denn? Davor die... Ja, ich seh niemanden. Andi, ich bin doch bei den anderen Ländern in der Sicht drin. Fuck. Ist überhaupt nirgendjemand? Oder sind sie dich grad bei selbst begegnet? Ich seh nämlich gar keinen. Okay. Der ist aber auch da. Hm. Okay, dann seh ich ja gar nichts mehr. Warte. Oh, 20. Jo, da hab ich noch stoppige FPS. Oh, da oben ist jemand. Scheiße. Da oben ist ja wirklich jemand. Scheiße. Nee, der ist ja wirklich da. Das war's mit dem anderen Ruh.